Vielen Dank. Ich möchte die Anforderungen und die Bedarfe im kommenden Wintersemester gut vorbereiten. Heute ging eine angepasste Empfehlung aus zur Einhaltung von Hygieneregeln. Und mit diesem Video würde ich sehr gerne das einfachste denkbare Setting vorstellen für hybride Lehrveranstaltungen, dass Sie mit den Mitteln, die wir an der Fakultät SLK haben, jederzeit umsetzen können, unabhängig davon, wie die Räume, Lehrräume und Seminarräume an der Technischen Universität Dresden noch ertüchtigt werden. Hier laufen Vorbereitungen entsprechend im Hörsaalzentrum, aber eben nicht in allen Lehr- und Lernräumen unserer Universität. Ich würde ganz gern also über das hybride Wintersemester sprechen oder über das, was man sich gemeinhin darunter vorstellt. Das Wort ist schnell in den Mund genommen, wobei unklar ist, was sich genau dahinter verbirgt in einigen Fällen. Und man kann die Hybridität von Lehre durchaus auf unterschiedlichen Niveau- und Komplexitätsstufen ausmachen, beschreiben und dann entsprechend auch testen und umsetzen. Ich würde Ihnen heute sehr gern ein sehr einfaches Konzept vorstellen, damit Sie das reibungslos probieren können. Das Ganze skaliert natürlich noch in alle denkbaren Richtungen. Auch dafür zeige ich Ihnen heute noch ein Beispiel. Vielleicht ganz kurz, bevor wir über irgendetwas anderes reden. Die Grundvoraussetzungen dafür, dass wir so schnell wie möglich in ein Setting zurückkehren können mit den Lehrveranstaltungen, das uns Präsenz, Teilpräsenz, wie auch immer erlaubt, gelten die drei Grundsätze geimpft, genesen, getestet in besonderem Maße. Und zwar für alle Angehörigen der Universität. Des Weiteren, um auch eventuell Varianten von Covid-19 schnell einzudämmen oder deren Ausbreitung zu verhindern, ist weiter angeraten, Mund-Nasen-Schutz oder Masken in Innenräumen zu tragen. Und des Weiteren gilt, einfach Abstand halten. Wenn wir das beherzigen, sollte die Lehre im Wintersemester relativ sicher sein. Und damit es technisch ebenfalls gilt, zeige ich Ihnen heute ein entsprechendes Setting. Wenn wir über hybride Lehrveranstaltungen sprechen, dann reden wir immer davon, dass wir einen Teil der Studierenden in Präsenz vor Ort haben. Und ein Teil der Studierenden wird nicht präsent sein vor Ort, sondern sich digital zuschalten. Das geht nur über Videokonferenzumgebungen und wir verwenden dafür BigBlueButton, GoToMeeting und Zoom in den allermeisten Fällen. In Kleinst- und Kleingruppen kann auch noch Jitsi dazu kommen. Aber alle diese Videokonferenzumgebungen sind mehr oder weniger gut geeignet, um hybride Lehrveranstaltungen anzubieten. Entscheidend dabei ist, dass sie, wenn die Studierenden sich für einen Kurs eingeschrieben haben, zunächst einmal nachfragen, wer überhaupt vor Ort sein kann. Und zum Zweiten, wer vor Ort sein möchte. Das wird dazu führen, zumindest erfahrungsgemäß in meinen Lehrveranstaltungen und bei den Umfragen, die ich in meinen Kursen gemacht habe, dass ungefähr im Moment die Hälfte der Studierenden vor Ort ist. Und von der anderen Hälfte, die nicht in Dresden ist, plant zumindest ein Drittel ungefähr, wieder im Wintersemester vor Ort in Dresden zu sein. Das heißt, so oder so werden Lehrveranstaltungsangebote so konzipiert sein müssen, dass sie diejenigen mit einschließen, die nicht vor Ort sind. Das kann durch asynchrone Formate, also da bis ins Vermittlung geschehen, oder eben durch die Zurverfügungstellung einer Videokonferenzumgebung. Und damit das technisch nicht überfordert, haben wir an der Fakultät empfohlen, Logitech Group-Systeme zu besorgen. Das ist an den einzelnen Struktureinheiten auch erfolgt. Also wir erheben im Moment genau gerade, wie viele dieser Systeme wir an der Fakultät haben. Zentral stellt die Fakultät drei zur Verfügung. Und ich weiß von wenigstens drei oder vier Systemen, die parallel angeschafft worden sind. Und das ist die Voraussetzung, um sehr einfach in den dezentralen Räumen in der Wiener Straße hybrid zu unterrichten. Was muss man nämlich einfach tun? Die Videokonferenz-Hardware aufbauen. Sie wird über USB betrieben und eine Schulungsmöglichkeit oder ein Hilfeangebot können wir anbieten über entsprechende E-Tutorien am Bereich. Aber kommen Sie da gern auf Robert Fischer, Reni Schulze oder mich zu, wenn Sie da Bedarf sehen. Oder kontaktieren Sie Josefine Klingelbeil, die die Bedarfe am Bereich GSW koordiniert für die E-Tutorien. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was Sie dann tun. Sie müssten einfach, wenn Sie das Logitech Group-System aufgebaut haben, das geht wirklich mit entsprechenden Übungen relativ schnell. Und Sie können damit im Moment alle Räume in der Wiener Straße problemlos bespielen. Sie sehen, bis zu 16 Personen ist hier in dem System an, sind hier für das System gut geeignet. Und wenn die Leerräume größer werden, das heißt, Sie Vorlesungsräume hätten, kommt es auf einen Test an. Wie funktioniert das Ganze dann, nachdem Sie die Hardware aufgebaut haben? Ich habe für Sie hier mal eine Zoom-Konferenz vorbereitet. Eigentlich ganz einfach. Sie binden das entsprechende Mikrofon und den Lautsprecher ein. Das heißt, es heißt dann tatsächlich Logitech Group-System und hier entsprechend die Kamera und lassen das Ganze einfach parallel laufen, sodass Sie vor Ort eine Videokonferenzlösung haben, mit der Sie alles gut bespielen können. Die Kamera selbst hat keine Präferenzen und wenn Sie dann in der Zoom-Umgebung sind, dann können Sie natürlich problemlos den Bildschirm teilen und Ihre Präsentation und so weiter anfertigen. Das Ganze ist nicht sehr optimal, aber es funktioniert. Und damit haben wir eine Lösung, die wir Ihnen vor Ort anbieten können. Und ich würde Ihnen raten, darauf zu setzen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Präsentation zurück. Das ist also das System. Damit können Sie hybride Lehre im Wintersemester realisieren. Wer soll nun in Präsenz vor Ort sein? Ja, hier ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man in den Gruppen selbst rotiert. Das heißt, kleine Arbeitsgruppen einrichtet, die dann wechselnd in Präsenz sein können. Unserer Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass die Studierenden nicht die ganze Zeit vor Ort sein wollen, sondern sich, um den Eindruck von Normalität zu haben, ab und an im Semester einmal in einem Seminar- oder Vorlesungsraum sein möchten. Und tatsächlich sind ja auch die anderen Lehrveranstaltungen entsprechend zu koordinieren. Das heißt, nichts ist ungenauer und ungewisser als die Planung von Wegstrecken zwischen einzelnen Lehrveranstaltungen. Und wenn man den aktuellen Diskussionen folgt im Bereich der digitalen Hochschullehre, dann ist es so, dass je mehr Wahlmöglichkeiten Studierende von vornherein in einem Studiengang haben, umso schwerer wird die Koordination des Ganzen. Das heißt, bieten Sie, wenn es Ihnen möglich ist, hybride Seminare an. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen weiteren Schritt, eine weitere Stufe, die noch etwas darüber hinausgeht und die das Ganze qualitativ auf eine andere Ebene hebt und aber noch ein wenig Zusatzinvestment erfordert. Nämlich ist es eine Idee, die ich auch vorstellen werde auf dem sogenannten Hybrid- oder Hybrid-Lab, einer Experimentiermöglichkeit, um mit vorhandener Technik die bestmöglichen Settings faktisch aus dem Rucksack für die digitale Hochschullehre oder die hybride Hochschullehre zu entwickeln. Hier kommt in den nächsten Tagen noch eine offizielle Einladung und ein Programm, sodass Sie daran partizipieren können und neue Anregungen und Ideen mitnehmen können. Eine von diesen Ideen stelle ich Ihnen jetzt vor. und zwar ist es die Arbeit mit zwei parallelen Systemen in einem Raum und neben dem Logitech Group-System habe ich Ihnen hier noch die Logitech Conference Cam eingeblendet. Das ist ein kleineres System, das ebenfalls sehr mobil ist. Damit Sie beide bespielen können an einem Rechner, benötigen Sie möglicherweise einen USB-Hub und das zeige ich Ihnen exemplarisch, wie gerade in der Zoom-Konferenz, haben Sie ja gesehen, dass ich mit zwei Kameras arbeite. Das hat nämlich den Vorteil, dass Sie zum einen sich selbst als Sprechenden filmen können und auditiv in eine Videokonferenz-Software einspeisen können, als auch das Auditorium und somit zumindest mit größeren Blickwinkeln arbeiten können und eine etwas lebendigere Atmosphäre zustande kommt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Dazu muss ich ganz kurz die Softwareumgebung wechseln, denn Sie brauchen neben der entsprechenden Hardware auch noch Software und zwar zwei Tools. Das eine benutzen Sie wahrscheinlich schon, das ist die Open Broadcasting Software, OBS und das andere ist das sogenannte Voice Meter. Mit dem Voice Meter stellen Sie, das ist ein virtuelles Mischpult, mit dem Sie zwei Mikrofone einstellen können und mit OBS stellen Sie eine virtuelle Kamera zur Verfügung und mit dieser virtuellen Kamera können Sie unterschiedliche Kameraszenen einfangen, die Sie dann selbst wiederum in einer Zoom-Konferenz zuschalten, so dass dann idealerweise ein etwas lebendigerer Eindruck vom Seminar- oder Vorlesungsgeschehen entsteht. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Dazu muss ich aber diese Aufnahmen hier beenden und die andere anschneiden. Erschrecken Sie bitte nicht. Das, was Sie jetzt gerade vor sich sehen, ist die Open Broadcasting Software, OBS, die Sie verwenden für zum Beispiel Vorlesungsvideos und ganz oben rechts sehen Sie die kleine Zoom-Konferenz, die ich jetzt minimiert habe und dafür habe ich die integrierte Kamera aufgeschaltet, während vor mir eine OBS TinyBot steht und rechts von mir die Logitech HD C920, mit der ich vorhin die Zoom-Konferenz bespielt habe. Wie Sie aber richtig sehen, ist es jetzt so, dass ich, das zeige ich Ihnen hier, einmal die hybride Kamera, also das heißt die OBS Tiny installiert habe und zum Zweiten direkt darunter die Logitech HD. Und wenn Sie sich erinnern, kann jetzt an der einen Stelle, nämlich an dieser, nicht eine OBS TinyBot stehen, wenn Sie keine haben, sondern die Kamera aus dem Logitech Group-System, während die zweite, wo hier die Logitech HD eingehängt ist, die sogenannte Logitech Conference Cam Connect. Damit haben Sie einen besseren Überblick über die Lehr- und Lernsituation vor Ort. Und das Zweite, was Sie hier tickern sehen, ist ein sogenanntes Audio Cable, das heißt ein Voice Meter, das ich Ihnen jetzt mal illustriere, indem ich ganz kurz das Voice Meter direkt aufschalte. Jetzt sehen Sie das, was Sie hier in klein gesehen haben, in groß. Und ich illustriere Ihnen das Ganze mit dem Mikrofon, das direkt hier vor mir steht und zum Zweiten mit einem Headset, das ich tragen werde. Und Sie können das Ganze gern so denken, dazu mache ich das, minimiere ich das nochmal schnell, dass das eine Mikrofon für die Studierenden und die Seminar- oder Vorlesungsdiskussion im Raum steht, während diese Kamera und dieses Mikrofon direkt vor Ihnen steht als Lehrenden und Lernenden und damit eine ganz andere Akustik erreicht werden kann, als wenn Sie nur mit einem Raummikrofon arbeiten. Empfohlen sei aber natürlich, dass Sie so wie ich mit einem unidirektionalen Mikrofon arbeiten, damit Sie nur den Ton aufnehmen, der direkt vor dem Mikrofon gesprochen wird. Und um das zu illustrieren, verwende ich jetzt mal, oder schalte ich jetzt mal kurz mein Headset auf. So, jetzt nehme ich das Mikrofon ein bisschen weiter von mir weg, schalte das Headset auf und illustriere Ihnen mal ganz kurz, was jetzt hier der Unterschied ist. Sie sehen, auf der linken Seite läuft dieses Mikrofon, das jetzt in der einen Kamera, jetzt kann man sehen, dieses Mikrofon. Und das zweite Mikrofon, was ich hier aufgeschaltet habe, ist mein Samsung Stage Kit, sodass dadurch die Akustik sich vollkommen verändert. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie bekomme ich denn das eine wie das andere in eine Videokonferenzumgebung? Und dazu schalte ich jetzt mal auf Zoom um. So, jetzt maximieren Sie das mal. So, das wäre jetzt die normale Kameransicht in Zoom. Furchtbar genug, ich weiß. Und um dieses Setting hier nutzen zu können, Sie sehen, in der Mitte ist die Präsentation, das ist diese hier, Fensteraufnahme. Die kann ich Ihnen auch mal exemplarisch durchschalten. Sie sehen, dass es hier im Hintergrund, dass es genau diese Aufnahme ist. Also, um das jetzt mal plastisch zu machen, lasse ich mal eine der Startfröhen stehen, zum Beispiel diese. Minimiere das wieder. Das wäre jetzt also so ein virtueller Screen, den man einsetzen kann. Und jetzt müssten Sie hier die sogenannte virtuelle Kamera starten. Und das bedeutet, dass dieser Screen übertragen wird als virtuelle Kamera und in Zoom nutzbar ist. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist die Einstellung. Die wollen wir aber nicht benutzen, sondern wir wollen verwenden die virtuelle Kamera von OBS. Wenn es jetzt etwas ruckelt, liegt das daran, dass ich jetzt neben Zoom OBS auch noch Streamlabs OBS laufen habe. Und das ist das ganze System natürlich etwas verlangsamend. Und als Audioquelle stellen Sie bitte ein. Und zwar hätten Sie hier als Mikrofon nicht Real Tech Audio, sondern Sie stellen einfach das Voice Meter ein, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und schon haben Sie beide Tonspuren in einer Videokonferenz, die Sie dann entsprechend verwenden können. Das Ganze hat jetzt auch den Vorteil, dass Sie dann nicht mehr den Bildschirm aufwendig teilen müssen oder anderes tun, sondern dass Sie immer auch den Überblick über die komplette Zoom-Konferenz haben. Das Ganze können Sie nämlich hier minimieren. Sie hätten jetzt die Zoom-Konferenz mit Ihrer aufgeschalteten Präsentation und können die Präsentation ganz einfach im PowerPoint weiterschalten, sodass sie dann in der Zoom-Konferenz sofort sichtbar ist. Also das ist die einfachste, allereinfachste Möglichkeit, mit so einem komplexeren Setting zu arbeiten. Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass wenn Sie dann in eine Diskussion gehen würden, sagen wir mal so, dass Sie dann natürlich, Sie sehen das hier als eingestelltes Preset, keine Präsentation brauchen, sondern nur die Kameras, die Sie zur Verfügung haben und damit entsprechend dann arbeiten können, sodass Sie zum einen, da steht die OBS Tiny, das wäre zum Beispiel Ihre Logitech Conference Camp und zum anderen, das wäre zum Beispiel die da drüben, Ihr Logitech Krug-System besteuern können und zwei Mikrofone aufgeschaltet haben, mit denen Sie das Ganze realisieren und in der Zoom-Konferenz sieht das Ganze dann so aus. Also das heißt, ich mache das nochmal groß, das heißt, so wäre dann die Ansicht in der Konferenz. Da Sie oder vielleicht die wenigsten von Ihnen gleichzeitig streamen werden, ist es so, dass das das schlussendliche Setting sein wird, mit dem Sie arbeiten können. Gut, in diesem Sinne schalte ich vielleicht noch einmal ganz kurz die Präsentation auf, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also, um in einem Seminarraum zu arbeiten, brauchen Sie im Wesentlichen nur eine Logitech, ein Logitech Group Video-Konferenzsystem, das Sie über USB ansteuern können und dann in der Zoom-Konferenz einfach als Kamera wählen. Wenn Sie das Ganze noch ein wenig erweitern wollen, holen Sie sich zum Beispiel ein zweites Kamerasystem, ein kleineres Kamerasystem dazu oder arbeiten Sie wie ich mit einer mobilen Kamera und mit einem Headset und steuern Sie über Voice Meter und über die virtuelle Kamera in OBS Zoom direkt an, so wie ich das hier gerade tue. Und damit haben Sie ein hybrides Lern-Lern-Setting, das den ganzen Winter durchtragen wird. So, ich hoffe, damit habe ich Ihnen einen ersten Einblick gegeben, wie Sie hybride Lehrveranstaltungen im Wintersemester sehr schnell und unkompliziert umsetzen können. Sie brauchen dazu tatsächlich kein großes technisches Equipment und auch kein sonderliches Know-how, sondern Sie müssen lediglich in der kleinsten Variante ein Logitech Group-System als Videoton- und Mikrofon-Hardware in einer Videokonferenz etablieren. Und damit sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite. Und Geräte dieser Art stellen wir an der Fakultät in ausreichendem Maße für Ihre Lehre zur Verfügung. In diesem Sinne, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne jederzeit auf mich zu, bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017